Guten Tag, mein Name ist Jörg Lernersberger und ich bin Vertriebsleiter in der Business Unit Packaging bei Engl. Ich darf Ihnen heute unser neuestes Packaging-Exponat vorstellen, die E-Speed 280-70 inklusive Brink-2-Kavitäten-Werkzeug für den klassischen 1-Liter-Eimer inklusive Automatisierung. Die E-Speed 280 ist unsere High-Performance-Packaging-Maschine speziell für Dünn- und Dünnwandsanwendungen. Dies wird ermöglicht durch Ihre High-Performance-Schließe für schnellste Zykluszeiten und Brockenlaufzeiten in Kombination mit verstärkten Maschinenrahmen und Platten. Spritzeitlich verwenden wir unser hybrides Spritzaggregat für höchste Dynamik und Einspritzgeschwindigkeiten bis zu 1200 mm pro Sekunde. Das 2-Kavitäten-Brink-Werkzeug für den klassischen 1-Liter-Eimer setzt die neueste NOVA-Technologie ein zur Reduktion des Produktgewichtes von 20%. In Kombination mit der Brink-Automatisierung wird so eine Zykluszeit erreicht von kleiner 4,2 Sekunden. Nun gehen wir auf die Maschinenrückseite. Wir befinden sich hier auf der Rückseite der neuen E-Speed 280 mit Blick auf die Brink-Automatisierung. Die Automatisierung der Firma Brink besteht aus einem servoangetriebenen Side-Entry-Roboter mit End-of-Arm-Tooling zum Einlegen der Labels wie hier und zur Entnahme des fertigen Produktes. Weiters beinhaltet sie die automatische Label-Zufuhr. Das Zusammenspiel dieser High-End-Automatisierung inklusive Werkzeug mit der High-Performance-Maschine ermöglicht die Produktion dieses ultra-leichten 26g 1-Liter-Eimer. Sollten Sie noch Fragen zu dieser Anlage oder zum Bereich Packaging haben, würde ich mich über ein persönliches Gespräch freuen. Vielen Dank.